es ist so nervig ich halte die ganz doll zu mir so, wer entdeckt mich der immer? wer ist das? wer ist das? was ist das? was ist das? ja, wir sitzen auf einem auto und kriegen einen scheiß-Anruf, was wir kaputt machen können ich habe den taser doch dabei wie schön ich die einen tasern er wieder weg oder bleibt er da stehen er ist auch wieder da kommt da der arsch ich mache schon die augen offen ich habe waffen plötzlich dabei auswählen ist kein so toller platz Oh, 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 oh. Hallo? Keine Ausgaben für mich. Boah, da unten kommt dann auch noch einer, wo kommt der her, wo kommt der her? Boah, krass aus. Warum sehen die mich immer? Du hast Blumens Backup-Datenfarm zu suchen und zu schrotten. Du kannst so viel kaputt machen. Oh Gott, nein. Der eher knapp. Wer ist das? Der da, ne? Was passiert jetzt? Neues Szenario, wie schön. Das gibt's doch gar nicht. Oh, das hab ich ja schon vergessen. Ah, leider abgebrochen. Nein, tötet mich. Da stellen die sich ineinander. Wer denkt sich denn so ne Scheiße aus? Das ist zum Kotzen. Oh, da fahrten wir mal wieder. So, guck dich um. Mal auf eure Handys. Du guckst auf dein Handy. Ach. Ja. Genau, genau. Na, schau mal an, zu schießen. Warum? Das ist unglaublich. Oh, ist das spaßig. Obwohl, vielleicht... Ja, weg. Ob ich die Waffen dabei hab? Nee. Schade, schade! Okay, ich will nichts zum Anfangs. Die Lämmer da. Ob das viel bringt, weiß ich nicht. Kommt schon wieder. Da, da kommt, da. Oh, schön. Ich mach schon. Halt du die Augen offen. Hallo? Gehen wir hier runter in unsere Ecke? Oder in irgendeine Ecke? Wir gehen einfach mal ganz weit runter. Was ist das? What the fuck? Wieso kommen die überhaupt hier hin? Oh, Mann. Keiner hat gesehen, wie ich da runter renne. In den letzten Keller. Da wird man natürlich erstmal gesucht. Und dieser Typ, der da steht, dreht sich auch einfach mal um. Ja, um die Ecke, bitte. Danke. 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 Und er dreht sich wieder um. Ich mach schon. Halt du die Augen offen. Oh Gott. Da kommen sie ja schon. Explodiert die Scheißgranate im Gesicht und der ist nicht tot. Wollen die mich verarschen? Das Spiel ist so ein Dreck. Weg, 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 weg. Ich brutzel den jetzt. Jedes verdammte Mal dreht er sich um. Er steht hier wahrscheinlich 40 Stunden am Stück. Und dann? Wenn er sich da reingehackt hat. Tut mir mal um. Gucken. Steht da wieder dieser Feuerwehrmann. Was soll das? Jetzt sollte ich jetzt was... Da hinten in die Luft, ja. Möchtest du das mal probieren? Schlimmer kann es ja nicht werden, ne? Wie immer schießt man vorbei, weil der Typ in der Luft stehen wird. Er bleibt in der Luft stehen. Hm. Jedes Mal schießt man mit diesem Ding vorbei. Oh, wir laufen mal wieder hier lang. Der geilen Jack und der Scheiß Maske, ey. Typ der nichts kann. Guck mal, wir haben kein Gepanzerten mehr da stehen. Wie schön. Ja, komm. Komm zu mir. Komm hier hin. Hier ist cool. Ist richtig geil. Ja. Das ist ohne Worte. Ohne fucking Worte. Okay. Oh Gott, was ist das für eine Scheiß-Kamera? Es ist so traurig. Es ist so traurig. Ich will den immer noch brutzeln, aber keine Chance, weil er immer ein zweiter Typ steht seit neuestem. Das ist so toll. Er steht schon wieder da. Gleich kommt er wieder zu mir. Ah, der ist nicht in Deckung gegangen. Schießen tut er auch nicht. Klick, 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 klick. Ich wurde verhaftet. Geil, das ist noch nie passiert. Okay. Ich kann auch verhaftet werden. Vielleicht hat er deshalb nicht geschossen, weil er mir ihre Handschellen angelegt haben. Wir haben auch richtig cool hin. Wir haben sogar Knieschoner an. Damit tut es nicht wehtun, wenn wir hinfallen. Das ist so ein Lauch, dieser Typ. Ah, wir sind in Deckung. Okay. Um die Ecke, ja. Geil, geil, geil. Jetzt kommt der Affe wieder. Jetzt kommt der Affe wieder. Warum? Warum ist der da? Was ist der da? Was ist der da? Jetzt zieh ihn mal nach hinten weg. Jetzt guckt er wieder. Oh, schieb ich den anderen Wachposten mal weg zur Seite. Wer geht? Er zieht von dannen. Das ist noch da vorne. Ich weiß nicht, warum die nicht da unten drehen. Ich mach schon. Halt du die Augen offen. Ach du Scheiße. Es ist zum Kotzen. Ich weiß nicht, wie es geht. Warum wird der nicht losgeschickt mit so einem Scheiß-Kerat-Kopfler, der alles hüpfen kann? Nein, der muss mit dem ultra-coolen Granatenwerfer... Dann wird alles schlecht mitgehebt. Also lass die Muskeln spielen. Zerstör die Backup-Server, sonst starten sie einfach eine frühere Version der Alten, die wir nirschten wollen. Halt's Maul. Boah, ey. 1, zack. Hallo. Oh. Oh. Nichts, Tau. Geh nach da hinten. Nein, da hinten ist was explodiert. Guck mal. Guck mal, guck mal. Der wacht schon wieder auf. Mich doch verarschen. Jetzt liegt er da wieder. Schon gut. Weg von mir. Genau, ich bin weg. Ich bin ganz weit weg. Hört doch. Bringt halt nichts, weil die die direkt wieder aufwärten. Den könnte ich eigentlich ausschalten, oder? Euch mal weg? Schwärmt aus. Niii-Ji-Ji-Ji-Ji-Ji-Ji-Ji-Ji-Ji-Ji-Ji-Ji-Ji-Ji. Gebt Sie auf! Wirn sicher. Könnte ich noch. Was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. Hallo! Haben sie mich schon entdeckt? Ja, sie haben mich schon entdeckt. Ich sitze fest! Boah, der hat eine richtig krasse Reichweite mit dem Ding. Schmeiß einfach mal auf gut Glück. Wie man das wohl freischaltet? Ich mach schon. Halt du die Augen offen. Ach ja, Reichweite. Fuck you. Fuck you wird zurücksetzt. Ich bin ja ganz vergessen. Was ist das denn für eine Waffe? Das ist eine Scheißwaffe. Ganz einfach. Eine Scheißwaffe. Ach ja, explodieren. Oh ja, natürlich. Hupenbeckung vergessen. Leider, leider. Oh ja. Die Granate explodiert in der Luft. Und noch mal neu. Ich liebe diese Mission. Oh, 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 oh. Mann. Der rennt auch so langsam. Weil jeder ankommt wird jetzt einfach gebritzelt. Sicherheitsverletzung. inningend, alle. was, 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 was? Moment, wer schießt auf mich? Wer schießt auf mich? Wer da rechts? Schwanisch nicht. Oh, er bleibt da stehen. Es ist so behindert. Weg! Was bin ich? Ein Scheißspiel bin ich. Oh, hallo! So, keiner hat was gemerkt. Das, das könnte es sein. Ding! Dieses, die Ding, das hören die Wachen bestimmt, alle immer. Wie man das wohl freischaltet? Ich mach schon. Halt du die Augen offen. Oh Gott, fliehe. Ausschwärmen! Halt's Maul, ausschwärmen. Die Messer dabei, kann ich hier oben jetzt alle wegschnitzeln? Oh nein. Oh nein. Ist der hinter mir? Nein, da oben. Aber da kommt einer. Ja. Lieber den Klack checken, nicht dass da einer drin ist. Was hab ich denn gemacht? Los! Los! So. 34 scheiß Meter. Auf den Boden! Geht her auf! Geht her auf! Frank trifft mich natürlich direkt hart. Hey Markus, findest du, der Raum hier ist klein? Mann, ich bin nicht da. Jupp, ich find ihn auch klein. Äh. Ja! Ja. Öffnen. Hä? Er macht doch. Er macht nichts. Er macht nichts. Achso, ich muss hier schießen oder was? Auf dem Taser kann man durchschießen, aber wenn ich, wenn ich da eine Granate gegen schieße, dann prallt die ab und kommt auf mich zurück. Ah, ich mach es. ich habe die Luft der Schmiedshaus im Moment waren dann 73 Markes Halloways herum und wir sparen noch mehr ich drücke hier Unmengen Jürgen Masken mit deinem Gesicht die CTOS Gesichtserkennung wird komplett durchdrehen jetzt kannst du dich frei bewegen was für eine Kack-Mission war das ja richtig cool Leute gute Arbeit ich schicke euch den Zugangscode du Schans Assistent weiß nicht dass er gehackt wurde es wird alles nach Plan laufen wenn du am AirGab Computer von Bloom bist überträgst du alles über Handy und schickst die Infos zurück ans Mutterschiff viel Glück Cowboy viel Glück am Arsch was 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 es was 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 ich Get the game on luck like we changed the key ask Danny Brown man bei nausen